Herzlich Willkommen zum nächsten Mal in Folge Rainbow Six Siege mit Dominik, Niklas und Dennis und mir auch. Das ist jetzt mein dritter Cola-Intrussierer, CFD, vierte Glas, das ihr regiert. Oh, ich müsste mal dringend. Nein, OBS. OBS, 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 du sein Default. Hin! Huh! Wo bin ich hier, Tanky Blume, eigentlich gerade? Wege ein Stück Scheiße. Ah, okay. Hallo, hier ist... Warum muss die Schalldämpf haben? Das habe ich leider im Aufnahme genommen. Ja, das habe ich schön, weil... Das weiß ich. Kann man hier so schön, aber plötzlich... Ich habe schon gesehen, dass du gecampt hast. Ach, schade. Keiner war irgendwie gestern. Hier kommen zwei. Ich habe schon gesehen, dass du gecampt hast, nein. Das war wie ein Fahrer zu solchen Team, der Chaos. Das war wie ein Fahrer zu solchen Team, der Chaos. Herr Rene? Ja, ich war kurz verwirrt. Oh, schade. Von wo kommt die Schütze, aber töten mich nicht, ne? Und gerade wieder ausrasten. Dennis aimt ab. Ich wollte sagen, Dennis aimt ab. Einfach durchrennen und ich sterbe. Ja, Dennis macht das nicht richtig. Ja, Dennis macht das nicht richtig. Macht das nicht richtig. Das Ding, das Ding jetzt können wir nicht rein. Ah, nee. Ich komme an der Waffe nicht vorbei. An der Kummando gerade. Kann ich mit Scheitern von Rotknüppeln? Nein, ne? Dann sterbe ich, Dominik. Endlich. Nein. Oh, das war jetzt ne DMR. Oh, komm. Wie nöcke, da liegt ich immer rein. Und wenn ich reinrenne, dann sterbe ich immer. Oh, konnte DMR, glaub ich, überspringen. Aua. Ja, da. Alter. 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 Hanfin. No, Ni mit der DMR. Kilmin, mit der DMR. ANA. Oh, keine Schrotflinte. Na, doch. Schrotflinty, schrotflinty. Nein. Ich hasse die Schrotflinte. Ah ja, Katy. Ja, ich tat, du, ich gens mich doch. Nein, hat er das? Ja, hat er. Scheiße. War das der? Oh Gott. Dominik, wo war dein Einsatz? Ja, nicht egal. Soll ich mal kurz meinen toten Controller durchstarten, dass ich jemanden selber slash kill oder was? Ja. Ja, wie stellst du das denn sonst noch vor? Keine Ahnung. 5 Millionen Euro auf unsere Kontoshecken vielleicht? Das wäre eine Lösung. Auf jeden Fall. Okay. Was denn? Meine Hand steckt in der Tüte M&M. So gut so. Weil meine Hand schwitzen tut. Hand rein, Hand raus, ohne zu greifen. 5 M&M. Du schuldig, du scheiß. Oh Gott. Oh Gott, was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Wenn wir mal dieses Bankstuhl raus haben wollten. Äh, was? Das Bank aus der Klasse normal. Äh, perfekt falsch. Äh, gibt's gerade eine Euro. Voll. Für Euro ist ja viel. Mein Headshot überlebt. Mein Headshot überlebt. Ähm, gerne. Ich hab's mir mal verwirkt gerade, ne? Bin jetzt wieder bei 1. Ey, wirklich. Das ist dieser E-Cage. E-Cage. Capkan. Stimmt. E-Cage. Der nervt mich gerade ein bisschen. Er macht mich sehr aggressiv. Äh, wo ist der hin? Ach komm, der wurde gekillt von meinen Augen. Ach komm. Der camped. Der camped. Der legt noch nicht. Oh Mann. Scheiße. Ne. Jetzt... Zweifel ich kann an mir selbst. Ich hab nicht mal... Ich hab 3 Kids. Wie viel kannst du halt mich 5? Nein, ich hab hier nen Sound-Bug! Oh nein. Oh, jetzt endlich Headshot. Ey, der Sound-Bug ist ja maximal nerven, ne? Ich weiß. Gegner hart. Deswegen hat es mir schon Kopfschmerzen verbreitet. Ey, alter, der Cup. Ich hab die Cup-Brennschlüsse die ganze Zeit, ne? Der E-Cage macht mich ein bisschen sauer. Jetzt bin ich wieder auf der 1, ach man. Ich mach dieser Cup-Kon sauer, weil ich schon wieder Sound-Bug-Brenn hab. Krebs! Ach Gott. Ich schweckle das Magantin. Dann muss gleich nochmal dein Game neu starten. Ne, ne, ist die Runde regelt wahrscheinlich. Ne, 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 wirds nicht. Ah, muss ich ein Game halten oder schon? Ja. Prost. Drei hintereinander. Ne Dreierkette. Oh nein, Shotgun. Boah, die sind das Arme ja vom Geschlecht in meinem Alter. Die Kommando? Wer hat's mir jetzt so was draufsteht, wenn wir mit dem Schock-Brenn zu spielen. Ja, die, 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 die... Das ist kacke, ne? Das ist richtig Spaß. Ja. Ja. Alle warfen außer die Shotgun. Ja. 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 Ich mach diese Sound jetzt grad schon aggressiv, ne? Ich schau dir jetzt schon was nach der Ferne. das ist doch kacke ein robotiker kann es beenden ich bin gerade die ganze checken ich kann so meine eigenen schüttel noch hören aber nicht so gut ein hammer in händen der robotiker der hat eine kombination dann tue ich mich für die folge verabschieden bis zum nächsten mal ja ich mich auch guckschau